hallo leute ihr habt euch sicherlich gefragt wieso es letzte woche keine videos gab dazu gab es zwei probleme problem nummer eins mein bearbeitungsprogramm war eine testvision wo eine woche gedauert hat nach einer woche konnte ich nichts mehr machen jetzt habe ich ein neues bearbeitungsprogramm das hatte ich schon am computer das als moviemaker haben wir schon generell wenn man windows vision hat problem nummer zwei war dass dieses aufnahmeprogramm ja eben da nicht auf mp4 format war nur auf dem anderen um so mp4 brauchte ich ja für moviemaker sonst konnte ich nichts bearbeiten wenn ich so nicht mp4 habe dann wenn ich da zum beispiel man kommt schon vor wenn ich da was eingefügt habe wo nicht mp4 war kam sofort eine fehlermeldung man musste das irgendwie löschen darum wollte ich nur sagen wieso es das woche keine videos gab heute oder morgen kommt der erste teil von drei ja eben weil ich mal mit freunden rainbow gespielt habe und hat über eine stunde gedauert und hat dann in drei teile geschnitten dass es nicht für euch so lange dauert heute oder morgen kommt das ja teil 1 dann samstag oder sonntag teil 2 sonntag oder montag teil 3 jetzt kommen wieder generell videos wenn ich kann wenn es wieder zu ist heißt es entweder dass ich keine zeit hatte dass ich dass ich in stress war oder dass ich probleme hatte was ihr nur sagen also dann bis heute oder dann bis morgen und tschau ihr dann Untertitelung des ZDF für funk, 2017